Neue Dimension von Gewalt und auch keine neue Eskalationsstufe. Es war schon immer so. Der viehtriebähnliche Einmarsch, die Schnapsleichen. Nein, eigentlich war es schlimmer. Früher kam man sogar noch mit Stahlhelm ins Stadion. Wie hier beim Pokalendspiel 79, Hertha gegen Düsseldorf. Was macht ihr, wenn ihr Fortuna gewinnt? Ein Saufen, die ganze Nacht. Dann werden die Hertha-Fröscher drüber kaputtgeschlagen. Dann geht ihr da rüber, oder wie? Genau. Und wenn Fortuna verliert? Immer auf über. Wieder auf über.